Warte dort im Anschluss also ich wieder hätte sie bekommen diese Warte ja auch nicht sehr ich dachte wird losfliegen ein seiner weiteren Folge jetzt will er erstmals besser nicht im T-Urschel und Vorgang nicht ich habe gedacht ich werde mehr im Schiff drin er bin im Schiff drin um wir sehen da schon und dann zieht sie und anzielt der Dauer und Buster gelangt ist dran in der Nähe die Malle es gibt noch was du hast du dich hier weil wenn man zu wenig hat dann brechen die mancher durch ihn begegnet wird wenn wir da gut unten dreimal Lending hier dran baut können es auch sein darf sie nicht zu erstaaten gehen dann haust du deine Dankschiff und an die Station weiß nicht schön denn so vorsichtig in meinem Schiff und vor allen Dingen die Lendinger ist dann kaputt ich hab noch ein bisschen Oranium in dem einen Ding drin können wir eigentlich noch mal rausholen lass deine Generatoren aber voll was? lass dir Generatoren aber voll und ich hab noch Stone hier drin ich hab auch noch... ach so das Eis ist in meinem Dingens drin warte mal wie pack ich das in meinen Generator der ist hinten drin ne? warte wo ist der Generator da ne? du hast vier Generatoren oh vier ist egal in welchen ich das reinpacke ne? naja es sollten alle gleichzeitig laufen sonst könnte es sein dass dein Schiff überladen wie teile ich das denn auf? 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 ach Medium Cargo Container ich glaube die sind nicht verbunden weiß ich nicht ich kann da gar nicht gar noch ich werde die irgendwann nochmal umbauen dass das dann alles verbunden ist Small Reactor 4 wie kann ich das denn überhaupt aufteilen? weiß ich nicht knall einfach rein rein ja hey kann ich gar nicht wieso? weil ich dafür weil ich das erst umbauen muss hier zu Uran warte mal kurz ja ich muss ja nochmal gucken ob die Landing Plattforms auf mich überschrieben sind was bitte nochmal? ich kann Computer dran deswegen eigentlich nein aber ich guck mal was denn wieso? was ist los? ich hab nicht gemerkt ich guck einmal kurz ob die Landing Plattforms auf mich überschrieben sind ehrlich gesagt weiß ich das nämlich nicht ich nehm immer ein bisschen Uran hier raus ne? jo wenn wir mit ne Menge äh 13.000 kann ich mir hier was aus dem Small Reactor rausnehmen? ne ne? doch nimm du kannst hier ein bisschen was rausnehmen aber nicht alles wie geht das? oh scheiße scheiße ich hab's ausgemacht bist du grad alles rausgenommen? ja wo bockle ich es rein? in den Small Reactor kann ich nicht wieso oh die Pipelines sind kaputt sind aus musstest direkt in den Reaktor rein tun hier geht das wo ist der? ja nuklearreaktor oder was ja diese ganzen ja die ganzen Pipes da hinten die Verbindungen die brauchen alle Strom um ich hab die nehme ich mir in die Hälfte raus oder irgendwie sowas keine Ahnung wie das machen ah jetzt so add amount add hier mal 10 noch was raus ne? 10,5 oder sowas ja der macht ja auch grad noch ne Menge von da her amount should should be between null and da hab ich's doch ach so hä? ich möchte einfach nur 10 haben 10 10 10 10 10 ah jetzt so was machst du grade? ich brauche hier unten einen Raum unter der station ich komme rein er ist ein bisschen klein für uns kann das sein so kann man ja kaum drin stehen man kann drin stehen mehr muss man nicht ich was soll ich tun Nicke auch unbedingt Nicke er kann zu mir so eine Antenne bauen da brauche ich auch nicht ich weiß aber gar nicht wo Nicke ist man man kann kann du kannst jeweils rausgehen und da so ein paar mal rumfliegen und mit dem Teil in der Hand sie ist das eigentlich auch wo bin ich jetzt drin? im Medium Cargo Container und ich glaube die sind verzettelt ja jetzt sind sie wieder was ist verzettelt bei dir? ich kann hier nicht direkt in die Reaktoren packen ach so ich muss auch direkt in den Reaktoren ist mir auch egal ich packe das einfach da rein und gut ist ich hab das jetzt in den dritten Reaktor gepackt ist egal ne? Nicke haben wir das nicht an unserem Ding? an unserem dran warte mal wie gehen das jetzt nochmal mit runter? also ich muss jetzt hier runter hmmm Homebillturm hmmm so und ich hab das ja schon mal erwähnt mit den paar Sekunden Homebillturm aber ich mein wollt ihr den Black Screen sehen? sag ich frage ich jetzt euch mal ich mein was ich machen würde ich würde denn euch den Black Screen hier zeigen ich glaube das ist ein bisschen interessanter wenn ich hier irgendwas anderes sehen würde außer Black Screen ich verstehe aber wie geht das nochmal so das muss ich einfach runter ne? und jetzt drücke ich und ich hab mich verbunden ok so ähm Nickel brauchen wir ähm Blutzeugstart Hubschrauberstart meine ich Hubschrauberstart? ja ein bisschen schief gestartet da hätte ich irgendwas ganz rot Nickel ist doch eigentlich irgendwie so ein keine Ahnung wo es den Nickel geben soll ich weiß gar nicht wie Nickel aussieht ich weiß gar nicht wie Nickel aussieht ich hab auch nicht was? achso ich hab auch nicht ich hab auch nicht oh mann und dann schickst du mich hier auf die Reise in den ich weiß auch nicht wie das aussieht Das ist natürlich auch wieder wahr um halt wir gehen erst da gucken n Linux so guck mal hab da was da los ist da ist noch ein Mining Hauler wenn wir ihn angreifen, sind wir auch tot, ne? Hm, wow. Zu derjenige, der ihn angreift, sollte vernünftige Verteidigung haben und Waffen. So, halten wir mal an. Hm. So, halten wir mal an, nochmal so. So, nehmen wir mal unsere... So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Nickel brauchen wir immer noch, ne? Hm, ja. Das Kobalt. Kobalt kannst du auch mitnehmen. Kobalt haben wir, glaube ich, auch nicht. Okay, dann mache ich hier nochmal einen neuen GPS-Punkt. Wie geht das nochmal? I? Das ist dann hier... Kobalt. Hä? Hm. Kobalt. Hab ich da alles jetzt gespeichert? Kobalt, sehr schön. Da ist nochmal Eis. Kobalt haben wir hier. Eisen. Nochmal Kobalt, wie es scheint. Ah, hier ist ein Kobalt-Planet. Das ist doch... Das ist doch so gut. Ja, aber wir brauchen jetzt erstmal... Hä? Scheiße, ich habe mein Schiff verloren. Hast du dein Schiff verloren? Oh, ich weiß nicht, wo es ist. Aua. Aua. Ich bin dagegen geflogen. Ich bin gegen den Planeten geflogen. Hä? Wo ist mein Schiff? Wir bilden das? Hä? Findest du schon. Oh, toll. Hä? Hier war doch eben mein Schiff. Ich habe mich so weit hinten geparkt. Boah. Kann ich mir irgendwie GPS-Ding in mein Schiff machen? Kannst du eine Antenne ranbauen. GPS. Antenne, hier ist bringe ich mich nicht. Also gut, da ist Kobalt. Antenne. Ich geh mir erstmal Kobalt ein bisschen. Da Antenne. Okay. Radio Communication Call. Alter. Kobalt. Wolf essen. Was zum Fehl hast du besoffen? Noch gar nichts. Ich soll eigentlich essen gehen. Na, komm. Okay. Aber erstmal fress ich dir das Ding. Alter, Kobalt ist ja richtig schwer. Steinschwerer. Ich sehe nichts. Oder man in Bora sind gerade so gut, die hauen richtig was weg. Aber ich glaube, okay, das sind vielleicht beide Faktoren. Ich bin jetzt schon mit 40.000 befüllt. Das ist doch gut. Jetzt 40.000. So. Äh, beim Husten vielleicht, wenn du es schaffst, bitte muten. Geht das? Ja. Danke. Wie viel kann ich überhaupt lagern? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe schon fast 60.000. Ich glaube, das reicht für das Erste. Ach, für das Erste? Gut. Ich komme wieder. Ja. Wo muss ich überhaupt hin? Da. Boah. Die Auszeit aus und los geht's. Ach, ja. Kobalt. Cool, dann haben wir schon ein Radium, einen dicken Planeten. Gold ist. Muss ich eigentlich auch nochmal... Ach, na gut, das sehen wir auch so, ne? Und Kobalt haben wir ordentlich. Und Eisen. Da, wo unsere Station steht. Da ist richtig viel Eisen. Hm. Meinst du jetzt die Rating Station oder unsere Station? Also unsere... Base Loan zu unserer Station? Wie würdest du das nicht nennen? Du wolltest sie umbenennen. Weiß nicht irgendwie anders, aber Base Loan, wir sind die nicht alleine. Base Duo Survivor. Ja, also einfach nur Base. Sonst, weißt du was? Wir fragen doch einfach mal die Zuschauer. Gute Idee. Auch wenn du mir bestimmt irgendeine Scheiße rauskommen willst. Verbeziehen wir immer ein bisschen die Community mit ein. Das wird dann zwar zwei, zwei, drei Folgen dauern. Wir produzieren... Wir machen nachher höchstwahrscheinlich noch eine Folge. Ach so, das werde ich auch nochmal ein bisschen beschleunigen. Ähm. Deswegen werden wir das nicht erst direkt im Anschluss bewerkstelligen können hier. Aber dann könnt ihr mitentscheiden, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ähm. Dämpfers ein. Ich hätte eigentlich eigentlich gleich bei der ersten Folge machen müssen. Ja, naja. O, was brauchst du denn da? Einen großen Cargo-Container? Ja. Äh. Werde ich dann noch versuchen mit dem ganzen Zeug zu verbinden. Weil dann ist es egal, wo du es rein tust. Es ist überall drin. Das bewegt dich dann nicht so irgendwie so in Lichtgeschwindigkeit durch. Aber was du vielleicht nochmal machen könntest, ist so eine Andockstation fürs Mining-Schiff. Jep. Dafür bräuchte ich aber auch eine Dockstation auf dem, ähm, Mining-Schiff. Dafür müsste ich deine Generatoren umbauen. Komm mal her. Hier, kannst du entladen. Warte kurz, ich park noch kurz. So, vorsichtig. Weiter. So, äh. Wie geht das jetzt nochmal so? Vorsichtig runter. Und da... Nr. 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 Vermutig mal, ja. Nr. 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 Langsam am Grunde genommen. Nr. 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 Wärmeisen, Nr. 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 ich muss er guck ich gleich wo ich mich zu grad war Moment die Folge dauert noch 3 Sekunden er liegt doch so mal die Abmoderation machen dann ist in deinem das geht direkt vor dir ja ja ich muss nicht ich muss es trotzdem erst suchen wenn ich sage was das ist wie diese Folge hat mich gefreut dass sie zugeschaut hat würde und auch wir von der ersten nächste Mal wieder einschaltet und denkt an die Umfrage wie soll unsere Basis heißen und damit will ich die Folge jetzt beenden bis noch wieder dann nicht mal ja bis